Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Gerald Steiner. Ja, aus dem Apparat. Herr Steiner, hier ist Paul Bolton, Ihre Personale Kontomanager von der Europäischen Trading Abteilung. Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung von unserer Kryptowerbung. Sie sind bei unserer finanziellen Plattformen ungefähr vor zwei Tagen angemeldet. Das kann sein, ja Mensch, das ist ja ein Service, das Sie direkt anrufen. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Märchenstunde. Viel Spaß mit diesem Anruf. Wie bitte? Ich sage, das ist ja ein Service, das Sie direkt anrufen. Genau, das ist normalerweise so, weil wenn Sie sich von unserer Werbung melden, damit bestätigen Sie, dass Sie haben Ihre Interesse auf dem Finanzmarkt geäußert. Deswegen brauchen Sie Beratung von unserer Seite. Ja. Naja, stimmt so nicht, dass ich jetzt nur wegen der Anmeldung mein Interesse am Finanzmarkt gemeldet habe. Eigentlich habe ich mich nur erstmal angemeldet und mehr ist ja noch nicht passiert. Aber, naja, die Betrügerunternehmen, die verstehen das, wenn ihr euch anmeldet, ja, als Einladung, dass man euch anrufen kann. Tja, gesetzlich ist das Ganze natürlich eine andere Geschichte. Aber, tja, ihr könnt es euch vorstellen, so einen Betrüger, den interessiert es nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, äh, ich habe mir jetzt auch den Namen von der Seite gar nicht gemerkt. Also, ich habe mich jetzt hier mal irgendwo eingetragen, aber dann hat da was nicht geklappt. Von welcher Seite reden wir jetzt hier eigentlich genau? Äh, das ist von Flexcapital. Aber am Anfang, sie melden sich nur von unserer Werbung und nach der Anmeldung verbinden sie gerade mit unserer finanziellen Plattformen. Das heißt Flexcapital und mit unserer finanziellen Plattformen, sie können ganz einfach mit verschiedenen Währungen handeln. Zum Beispiel wie Kryptowährungen, wie Oil Profitaktien mit Euro und so weiter. Hm, also, ähm, ich habe mich bei der Werbung angemeldet und das wurde dann an sie weitergeleitet. Genau, dann sind sie verbunden bei unserer finanziellen Plattformen, weil diese Werbung gehört uns. Sie haben ein Video gesehen oder eine Nachricht gelesen. Ja. So steht, dass mindestens mit 250 Euro sie beginnen Handeln auf der finanziellen Börse und ganz einfach mehr Geld verdienen. Okay. Natürlich, diese Werbung gefällt ihnen, weil das ist ein ganz gutes Angebot, ja. Meine ich, dass wenn sie zum Beispiel auf die finanzielle Börse ihre ersten Schritte machen. Natürlich, sie brauchen Beratung auch, weil sie kriegen damit die besten Ergebnisse, ja. Zurzeit wegen wirtschaftlicher Lage Preisen steigen. Preis von einem Bitcoin ist ungefähr 52.000 US-Dollar. Preis während der letzte Woche war nur 47.000 US-Dollar. Die Frage, diese Preissteigerung, das ist sehr gut, weil wenn sie Preisen steigen, damit sie mehr Geld auch verdienen. Sagen Sie mir bitte, ob Sie Erfahrungen in diesem Bereich haben oder sind Sie ganz neu? Nö, habe ich gar keine Erfahrungen mit. Mensch, der erzählt ja wie immer Blödsinn ohne Punkt und Komma, fast nahezu ohne Luft holen und, naja, eigentlich ohne Sinn und Verstand. Denn alles, was er hier erzählt, ist eigentlich nichts anderes als Blödsinn. Ein tolles Angebot. Sieht so garantiert nicht aus. Naja, aber die Betrüger, die haben Sammelseiten, wo man sich eintragen kann. Mit tollen Werbeversprechen, wie viele Millionen man an Umsatz machen kann. Ja, und dann werden die Daten weitergeleitet an irgendwelche Unternehmen. Und die meinen dann, ihr habt Interesse geäußert. Naja, ist ja nicht ganz falsch, aber vom Prinzip her alles illegal. Denn solche Sammelfreigaben, um euch dann ja an sämtliche Trading-Unternehmen weiterzuleiten, die sind nicht erlaubt. Und auch für einen Anruf benötigt man ein Double-Opt-In. Und das haben die hier in keinem Fall. Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da am besten? Also, ich weiß ja nicht, was man da machen muss. Genau. Wissen Sie, im 21. Jahrhundert nicht mehr Menschen handeln mit Aktien. Weil, wenn Sie handeln mit Kryptowährungen, ja, natürlich, Sie kriegen mehr Ergebnisse. Weil ein Bitcoin-Preis vor sieben Tagen war nur 47.000 US-Dollar. Heute, das kostet so 50.000 US-Dollar. Naja, genau. Weil wir das 21. Jahrhundert haben, handelt man heute nicht mehr mit Aktien. Also, Aktien sind out. Tja, ich wüsste nicht, wann die Information an mir vorbeigegangen ist, aber irgendwie handeln immer noch alle mit Aktien. Klar gibt es mittlerweile andere Optionen, wie ETF-Fonds sparen und, ja, eben auch Kryptowährungen. Die gab es früher nicht. Aber was bedeutet, oder was hat es jetzt damit zu tun, dass die anderen Währungen oder anderen Aktien-Sachen nicht mehr im Trend sind? Also, ich weiß es nicht. Aber, naja, allerdings verschweigt er hier, dass seine Methode wohl die gefährlichste ist, auf dem Börsenmarkt irgendwie Fuß zu fassen. Steigerung ist ungefähr mit 5.000 US-Dollar. Ja, deswegen wäre es besser für Sie, auch wenn Sie beginnen, handeln mit Kryptowährungen auch, ja. Weil zuerst Sie programmieren diese automatische Software, weil das macht individuelles Geldmanagement und Strategien. Und Sie können ganz einfach auf der finanziellen Börse Handelsprozessen mindestens mit 250 Euro anfangen. Das ist eine mindestens Summe, mit der Sie Handelskontoaktivation können. Ich hoffe, dass Sie wissen, für was brauchen Sie Handelskontoaktivation, ja, weil Bitcoin oder verschiedene Währungen, Sie können auf der Straße oder im Market nicht einkaufen. Das machen Sie gerade auf der finanziellen Börse, wo ist Ihre Handelskonto nur geöffnet. Deswegen, Ihr nächster Schritt ist Ihre Handelskontoaktivation. Und wenn Sie auf Ihrem Handelskonto Ihre gewünschte Summe, zum Beispiel 250 Euro kriegen, damit kaufen Sie Bitcoin, zum Beispiel, ja, das ist Ihre Wünsche. Natürlich, Sie wissen, Sie kriegen eine professionelle Beratung auch von unserer Seite, von Ihren persönlichen finanziellen Experten. Aber natürlich, nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Ja. 250 Euro ist eine kleine Summe für finanzielle Börse und für Onlinehandel. Aber natürlich nicht alle unsere Kunden möchten am Anfang entweder mit 1.500 oder 800 Euro anfangen. Das ist ganz logisch auch. 250 Euro, deswegen stellen wir ja dieses Mindestungsbetrag, weil damit Sie können ganz einfach ausprobieren. Naja, eins sollte schon mal klar sein. Wenn ich was ausprobieren möchte, dann, naja, brauche ich da auf jeden Fall erstmal nicht seine Firma. Und was ich auf jeden Fall auch nicht benötige zum Ausprobieren, ist 250 Euro. Oh, denn auf dem Aktienmarkt kann man definitiv auch mit deutlich weniger Geld eigentlich einsteigen, zum Ausprobieren. Tja, aber irgendwie haben sich die ganzen Betrugswebseiten, tja, das zur Aufgabe gemacht, allen 250 Euro aus der Tasche zu leiern. Ich weiß nicht, warum man ausgerechnet die 250 Euro hier nimmt. Es ist ja bei allen Plattformen so. Ich vermute, dass das einfach die Schmerzgrenze der meisten Menschen ist, wo man eben noch nicht so viel tut. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Wie das funktioniert, ja, ob das ein realistischer Weg zum Erfolg ist und so weiter. Mit 250 Euro, Sie sammeln richtige Erfahrung. Wie läuft das und wie viel Geld verdienen Sie normalerweise mit mindestens Summe? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, sehr gut. Deswegen, wir können jetzt gerade auch zusammen schauen, Ihre Handelskonto, wo steckt alle Ihre Daten nach Ihrer Anmeldung. Das ist nur geöffnet, leider, das ist nicht aktiv. Wenn Sie die Überweisung schaffen, ja, wenn Sie Ihre erste Investition machen, diese Summe kriegen Sie auf Ihre Handelskonto. Und Handelskonto natürlich, das ist die gleiche wie Bankkonto. Aber mit Bankkonto, Sie speichern nur Geld. Natürlich, Sie können mit Bank auch mit Bankaktien handeln, aber Sie kriegen nicht so viel Gewinn. Mit Onlinehandel und mit Kryptowährungen natürlich, Sie haben mehr Möglichkeiten auch. Wir können Folgendes auch machen, ja. Ihre Handelskontoaktivation ist abhängig über Ihre Einzahlungsmethoden. Zum Beispiel, vielleicht benutzen Sie Kreditkarten wie Visa oder Mastercard. Hm. Also man glaubt es kaum, aber das ist alles kompletter Bullshit, was er hier irgendwie versucht, sinnvoll aneinander zu reinen. Also es gibt eine Visa und eine Mastercard-Abteilung. Die wurde extra dafür gemacht, damit die Kunden, ja, verifiziert sind. Hä? Was will der eigentlich? Also, weiß ich nicht. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass die Betrüger aus den Callcentern irgendwie alle viel zu viel Alkohol-Intus haben von der letzten Party, wo sie die Kohle verkloppt haben. Also das ergibt sowas von überhaupt nicht mal minimal Sinn, was die da einem am Telefon erzählen. Das ist einfach nur aneinandergekettete Scheiße. Natürlich, das ist besser für Sie auch. Da braucht man eine extra Abteilung für, für Visa und Master? Wie bitte? Da brauchen Sie eine extra Abteilung dafür? Das ist keine extra Abteilung. Das ist die Abteilung, welche macht ihre Handelskontoaktivation, ja? Ach so. Na und wozu hat er uns dann von einer extra Visa und Mastercard-Abteilung erzählt, wenn es sie denn am Ende denn doch nicht gibt? Also irgendwie, die widersprechen sich sogar selbst am Telefon, wenn man die irgendwie mal hinterfragt zu dem Scheiß, den die hier erzählen. Ich bin Ihr personaler Kontomanager und wenn wir aktivieren Ihre Handelskonto, ja? Sie sollen während unseres Gesprächs mit unserer Visa-Abteilung verbinden und damit können wir Transaktionen entweder von Ihrer oder von unserer Seite tätigen, damit Sie Geld auf Ihr Handelskonto kriegen. Benutzen Sie Visa oder benutzen Sie Mastercard? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe beide. Beides. Das ist sehr gut. Sie können selbst entscheiden, genau mit welcher Kreditkarte möchten Sie Ihre Handelskontoaktivation tätigen. Das kann ich Ihnen, wobei Ihre weitere Schritte auch erzählen. Mit Ihrer Mastercard, Sie können ganz einfach gerade von unserer Seite Ihr Handelskonto aktivieren. Fast das gehört Ihnen. Ja. Diese Karte gehört bestimmt Ihnen, ja? Ob die mir gehört? Genau. Äh, ja. Okay, sehr gut. Bedeutet, dass vor der Seite auf Ihrer Karte steckt Ihre Name und Nachname, wie Herr Gerold Steiner, ja? Mhm. Sagen Sie mir bitte, Herr Steiner, was ist Ihre Ziel? Möchten Sie mit Onlinehandel mehr Geld verdienen oder mehr Erfahrung sammeln? Na, was soll davon schon das Ziel sein? Die Frage verstehe ich nicht. Meine, ich habe bei Ihrer Ziel. Möchten Sie mehr Geld mit Onlinehandel verdienen? Oder vielleicht möchten Sie mehr Erfahrung auch sammeln? Ach, nö. Ich habe eigentlich nur zu viel Geld über und wollte ein bisschen was loswerden. Weil natürlich alle normale Menschen brauchen mehr Geld auch, ja? Ja, ach, mehr Geld brauche ich nicht. Mehr Geld brauchen Sie nicht? Nö. Das ist auch wieder typisch. Sobald man mal keine Standardfrage mit einer Standardantwort beantwortet, sondern irgendwas Individuelles da einsetzt, schon ist der Typ gesprengt und sein Skript fruchtet nicht mehr und funktioniert nicht zu dem, was er eigentlich sagen wollte. Ja, und da ist der ganze Ablauf von ihm eigentlich im Arsch. Ja, und genau das haben wir hier ausgelöst, indem wir einfach nur irgendein Bild hin antworten. Schon war es das mit seinem Skript. Aber sagen Sie mir bitte, warum sind Sie angemeldet? Nö, warum nicht? Kann man doch machen trotzdem, oder nicht? Man muss ja nicht mehr Geld brauchen, um mehr Geld zu bekommen. Normalerweise, meistens unsere Kunden melden, wenn die mehr Geld brauchen, ja? Falls Sie denken, dass Sie sind zufrieden, Sie brauchen kein Geld, dann warum melden Sie sich? Na, zufrieden ist man ja trotzdem nicht, nur weil man zu viel Geld hat oder genug. Man kann ja trotzdem mehr Geld haben. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, das Geld ist nicht genug, ja? Mhm. So, machen Sie das Folgende. Ja, benutzen Sie jetzt PC oder benutzen Sie Handy oder Laptop? Ja, im Moment telefonieren wir über das Festnetz-Telefon. Festnetz-Telefon, okay. Haben Sie vielleicht dabei Handy oder haben Sie PC oder Laptop? Wie meinen Sie das mit dabei? Also eine C hat man ja nicht mit dabei, der ist ja zu schwer. Okay, vielleicht Sie haben Laptop dabei? Nee, sowas besitze ich nicht. Okay, benutzen Sie Handy oder Smartphone? Da habe ich noch so eins mit Tasten, so ein ganz normales. Mit Tasten? Mhm. Wie alt sind Sie, Herr Steiner? Ich bin 29. 29? Und benutzen Sie ganz normales Nokia, oder? Nee, das ist hier so ein altes Samsung. Altes Samsung, okay, sehr gut. Haben Sie eine Familie? Ja. Okay. Und was machen Sie beruflich? In welchem Bereich arbeiten Sie? Warum wollen Sie das jetzt wissen? Ich bin sehr neugierig. Deswegen habe ich Ihnen gefragt. Ach ja. Kennen Sie wirtschaftlichen Bereich oder nicht? Nee. Haben Sie Erfahrung mit wirtschaftlichen Bereich? Nee, ich arbeite eigentlich gar nicht so. Okay, sehr gut. Gehören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay. So. Was machen wir jetzt? Ja, wir können ganz einfach Ihr Handelskontoaktivation tätigen. Mhm. Ähm, aber Sie sollen zu mir sagen, zuerst genau mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Na, wie viel wollen Sie denn haben? Sie bitte? Wie viel Sie denn haben wollen? Das wollen wir nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Sie sollen selbst entscheiden, mit welcher Summe möchten Sie anfangen. Ich wiederhole das nur nochmal. Mindestens Summe ist 250 Euro. Maximum ist 1.000 Euro. Deswegen, Sie sollen zwischen 250 und 1.000 Euro selbst auswählen, mit welcher Summe müssen Sie anfangen. Aha. Warum gibt es denn nicht mehr als 1.000? Das können Sie mit Ihren weiteren Investitionen machen. Zuerst, das ist der Mindestens- und Maximumbetrag, ja. Dann haben Sie Ihre Handelskonto auf der finanziellen Börse aktiviert. Dann können Sie selbst auch entscheiden, falls Sie mehr Geld investieren möchten. Weil, wenn Sie mehr Geld investieren, desto mehr Geld verdienen Sie. Naja, aber dann verstehe ich nicht, warum man da nur mit 1.000 Euro anfangen kann. Meinen Sie, warum ist das so? So von 250 und bis 1.000? Ja, genau. Warum ist das so? Das ist eine Regulation, ja. Weil Sie können entweder mit Mindestens-Summe entweder mit 1.000 oder zum Beispiel mit 5.6 oder 800 Euro anfangen. Ja, aber warum nicht mehr? Mit wie viel möchten Sie anfangen? Das ist mir eigentlich egal. Also, aber 1.000 klingt... Warum ist das egal? Warum reden wir dann, falls das ist egal für Sie? Möchten Sie mit 5.000 Euro anfangen? Ja, da wird es langsam erst interessant, ja. Genau, dann machen wir folgendes, ja. Jetzt können wir Ihre Handelskonto zusammen mit 5.000 Euro machen. Haben Sie Ihre Masterkarte oder Visa dabei? Die habe ich im Flur, ja, im Portemonnaie. Im Portemonnaie, okay. Dann, Sie können ganz einfach Ihre Karte aufhalten. Was meinen Sie? Sie können Ihre Karte abholen. Ja, das kann ich machen, ja. Okay. Welche Karte wollten Sie haben? Das ist für mich egal. Für mich auch. Entweder Visa oder Mastercard. Ja, ich würde nehmen wir die Masterkarte. Master? Oh, ich hoffe, das ist keine Maestro. Nee, eine Masterkarte ist ja eine Kreditkarte und eine Maestro ist eine Bankkarte. Sehr gut. So, jetzt haben Sie Ihre Karte dabei, ja? Nee, ich gehe noch zum Flur. Okay. So, ich bin gleich da, Moment. So, und da haben wir auch schon das Portemonnaie. So, die Masterkarte haben wir gesagt, ne? Ja. So, dann muss ich mal gucken. So, das ist die Amex-Karte. Ah ja, hier haben wir die Masterkarte. So, da brauchen Sie... Leider, American Express passt leider nicht. Ja, habe ich ja gesagt. Lassen Sie richtig zuhören. Ich habe ja die Masterkarte jetzt in der Hand. Okay, Mastercard. Das ist keine American Express, ja? Nee, die habe ich aber auch. Okay, das brauchen Sie nicht. So, auf Ihre Masterkarte steckt Ihr Name und Nachname, ja? Wie Herr Gerold Schreiner, ja? Hier steht auf Ihrer Masterkarte nicht Ihr Name drauf? Ja, aber ich benutze nur Visa-Karte. Ja, und steht da nicht Ihr Name drauf? Auf meine Visa-Karte? Mhm. Ich denke so, ja. Na, sehen Sie. Dann ist doch die Frage überflüssig, oder? Wie bitte? Ich sage, dann ist die Frage überflüssig. Wenn ich sage, ich hole meine Karte, dann wird ja da auch mein Name draufstehen und nicht der vom Nachbarn. Genau, genau. Aber Herr Gerold, wissen Sie, manchmal unsere Kunden denken, dass, wenn auf dieser Karte zum Beispiel der Name von ihrer Frau, von ihrer Frau oder von ihrer Verwandten steht, ja? Deswegen können wir das nicht akzeptieren. Ja, funktioniert aber ganz genauso. Also abgebucht werden kann nur trotzdem, solange ich die Legitimationsdaten zu dieser Karte habe. Aktuell ist es ja mit dem Secure 3D, also dass man da diesen PIN bestätigen muss. Aber wenn auch da ich an diesen PIN drankomme, ja, und was spricht dagegen, dass ich die Kreditkarte von einem Familienmitglied benutze? Also verstehe ich nicht. Nur ein gutes Beispiel. Also damals, als ich vielleicht selber noch nicht volljährig war oder gerade so und war dann auch das eine oder andere Mal in einem Hotel, in der Regel in Deutschland unterwegs, dann hat man da alleine zum Einchecken eine Kreditkarte gebraucht. Die haben nur die Daten hinterlegt für den Fall, dass man da irgendwas im Zimmer zerkloppt und ja, so eine Art Sicherheit. Hatte aber zu dem Zeitpunkt definitiv noch keine eigene Kreditkarte und konnte einfach die von meinem Vater nehmen. Also soll jetzt nicht so klingen, als wäre er Millionär, aber eine Kreditkarte haben ja viele. Und meine Eltern, die nutzen selbst eigentlich keine Kreditkarten, aber man kriegt so ein Ding ja manchmal einfach von der Bank zugeschickt oder wenn man mal irgendeine Finanzierung gemacht hat, naja, dann gibt es halt so ein Ding da irgendwie mit dazu. Ja, und so eine Karte habe ich halt eben immer mitgeführt, wenn ich mal irgendwo weiter weg musste, damit ich eben auch wirklich im absoluten Notfall sofort an Geld komme. Ja, und naja, also da stand nicht mein Name drauf. Ging trotzdem. Wir sollen sicher sein, dass diese Karte gehört nur an Ihnen. Sagen Sie mir bitte, vor der Seite auf Ihrer Karte steht eine lange 16-stellige Nummer, ja? Mhm. Äh, was ist die erste Zahl von langer 16-stelliger Nummer? Ja, dadurch, dass das eine Masterkarte ist, können Sie sich die Frage ja selbst beantworten. Eine Masterkarte fängt immer mit einer 5 an. Genau. Und was kommt weiter? Dann haben wir noch eine 5. Okay, dann? Dann haben wir die 911-48-79-200-2843. Okay, aber als Sie wissen, das ist kurz zu sagen, per Telefonat, ist nicht so einfach. Deswegen wiederholen wir das nochmal. Es ist 5-9-1, ja? Ja. 1-1-8-4, ja? Nö. Dann wiederholen Sie bitte nochmal. Sie sind ganz schön anstrengend, wissen Sie das? Nein. Doch. Weil per Telefonat, das ist nicht so einfach, ja? Wenn Sie sagen zu mir, diese Daten, wir sollen auf der Standkarte mit unserer Mastercard-Abteilung versuchen. Deswegen muss ich Sie diese Daten mit unserer Mastercard-Abteilung auch erklären, ja? Deswegen, Sie sollen das ganz einfach, deutlich zu mir diktieren. Ja, ich dachte, das war deutlich. 4-5-9-1. Ja. Dann die 1-4-8-7-9-2-0-0-2-8-4-3. Hahaha. Ja, was daran hier ist lustig? Weil ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sollen alles ganz langsam erklären, ja? Das fängt mit 5-5-9-1. Dann kommt 1-4-8-7. Ja. Stimmt, ja? Ja. Was kommt nach dem 7? Hören Sie nicht zu? Ja. Nein, ich scheinbar nicht. Ich habe Ihnen doch jetzt meine Mastercard-Nummer zweimal durchgegeben. Genau, aber das habe ich nicht sehr gut verstanden, ja? Und ich denke, das ist kein Problem für Sie, wenn Sie das ganz langsam lesen, ja? Ja gut, aber Sie vertrödeln hier meine Zeit. Oh, und wie denken Sie? Für was machen wir das? Für Ihre Handelskontoaktivation, ja? Damit Sie sollen mehr Geld verdienen. Ich hilfe nur Ihnen, ja? Damit Sie Ihren Platz auf unseren Systeme kriegen. Das ist der Grund, warum bleibe ich auf der Linie auf, ja? Nee, ich korrigiere. Er ruft mich an, um mir zu helfen und mein Handelskonto irgendwie zu eröffnen, das es ja nach der Eröffnung sowieso nicht gibt. Er hilft mir eigentlich ausschließlich dabei, mich um mein Geld zu bescheißen und mein Konto um mindestens 250 Euro zu erleichtern. Mehr macht dieser Anruf hier nicht. Und, naja, ich denke mal, die Beweise, die liefert er hier permanent selbst, indem eigentlich da nur Scheiße bei rauskommt, jedes Mal, wenn er seine Futterluke öffnet. Ja gut, aber wenn Sie so mit mir reden, dann denke ich, ist das wohl der falsche Partner. Na, ich meine, ich wollte hier nett sein und Sie da ein bisschen unterstützen mit dem, was Sie da so machen. Aber, äh, ich meine mal, letztendlich habe ich ja auch nicht unbedingt nötig, bei Ihnen einzuzahlen. Ich meine, wenn Sie mir hier so kommen und mich hier beleidigen wollen, dass ich hier Stress machen würde, dann denke ich wohl, sind Sie das falsche Unternehmen für mich. Falsche Unternehmen für Sie, ja? Aber wenn Sie können die nur 8 Symbolen oder 8 Zahlen dreimal nicht wiederholen, weil Sie denken, das ist ganz große Probleme und damit, äh, Sie verlieren Zeit dafür. Was kann ich für Sie machen? Ja, wissen Sie, was ich in der Zeit alles machen könnte? Ich könnte in den Pool gehen, ich könnte die Sauna nutzen, ich könnte mit meinem schönen neuen Sportwagen fahren und, äh, jetzt bin ich am Telefon. Ja. So. Ich wiederhole das nochmal. Ja. 4591 1487. Ja. Was kommt weiter? Dann kommt die 9200 2843. Alles klar, das überprüfen wir nochmal. 4591 1487 9200 2843. Na sehen Sie, geht doch. Das kommt nach Ihrer sechstenstelligen Nummer. Kommt ein Ablaufdatum, ja? Dieses Datum ist Ihre Karte gültig. Das ist Monat und das ist Jahr. Stimmt, ja? Ja, das ist ja logisch bei Ablaufdatum, richtig. Ja. Sagen Sie mir bitte, wie ist Ihre Ablaufdatum? Ja, das ist 924. Alles klar. Und die Rückseite auf Ihrer Karte steckt dreistellige Nummer, wie CVV. Das ist vielleicht neben Ihrer Unterschrift. Oder falls dort steckt sechs Zahlen, Sie brauchen nur letzte drei Zahlen. Ja, das ist die 424. 424, ja? Ja. Sagen Sie mir bitte, wie ist Ihre Postleitzahl? Warum wollen Sie das jetzt noch wissen? Was hat denn das damit zu tun? Weil wir machen Verifizierung auch, ja? Bedeutet das, wenn wir versuchen, die Transaktion mit unserer Mastercard-Abteilung. Wir brauchen für Identifizierung ein paar Informationen. Das ist Ihre Geburtsdatum und das ist Ihre Postleitzahl. Ja. Also vorhin hat er selber noch gesagt, nachdem er erzählt hatte, man hat eine Master- und eine Visa-Card-Abteilung und ich habe näher nachgefragt, hat er mir erzählt, man hätte ja doch keine eigene Abteilung dafür. Also irgendwie kann der Junge sich nicht so ganz entscheiden, was er da will. Tja, ich, äh, ja, weiß ich nicht. Er sollte sein Gesicht besser zum Essen benutzen als zum Reden, weil, wie gesagt, kommt nur nur Blödsinn raus. Aber Zahlen von Ihrer Postleitzahl? Aha. Also meine Postleitzahl ist die 12055. Und Ihre Geburtsdatum? Ist der 17.07.92. 92? Mhm. Okay. So, bedeutet 17071992. Richtig. Das bedeutet der 17.07.92. Und sagen Sie mir bitte, äh, wenn Sie etwas mit Ihrer Master-Card kaufen, ja? Ja. Bestätigen Sie Transaktion oder nicht? Nö. Wie bestätigen Sie das? Gar nicht. Gar nicht? Wenn ich damit einkaufen gehe, halte ich das ans Display, es piept und ist abgebucht. Genau, aber normalerweise, wenn Sie zum Beispiel Online-Obeweisung tätigen, etwas mit Ihrer Karte kaufen, dann natürlich, Sie brauchen eine Coder, damit Sie Transaktion bestätigen. Nö, das habe ich bei mir ausschalten lassen. Das hat mich genervt. Das haben Sie leider nicht, ja? Die wird meine, mit Ihrer Karte. Ne, ich habe es deaktiviert. Okay, und, äh, mit welcher Bank haben Sie diese Karte? Steht doch da bei Ihnen oder nicht? Bei uns? Ja. Wie denken Sie, steckt das bei uns oder nicht? Das müsste dastehen. Wie heißen Sie? Steiner und Sie? Steiner, Gerald Steiner. Ja, steht doch da bei Ihnen. Okay. Okay, und haben Sie so viel Freizeit? Ja, wie gesagt, ich gehe nicht arbeiten. Okay, sehr gut. So, was ist jetzt? Sollen Sie jetzt hier weiter meine Zeit verplempern oder was ist los? Nein, sagen Sie mir bitte, von welcher Bank benutzen Sie diese Karte? Müsste ich mal nachgucken. Steht das irgendwo auf der Karte drauf? Ich hoffe, dass Sie haben Konto mit deutscher Bank, ja? Nö. In Deutschland, Sie haben kein Konto, oder? Nö. Da müssen wir doch deutsche Steuern bezahlen. So weit kommt es noch. Das haben Sie nur amerikanische? Ja, eben. Ihre Visa-Karte drauf, ja? Ja, ja. Also eine deutsche Karte habe ich nicht. Da müssen Sie ja deutsche Steuern bezahlen. Da bin ich... Ich bin doch nicht verrückt. Und wohnen Sie in Deutschland jetzt? Ich bin aktuell in Deutschland, ja. Aber ich bin auch woanders ansässig. Da, wo ich halt gerade mal Lust habe. Leider haben Sie diese Karte, Sie hören, Ihre Handelskontoaktivation nicht fertig ist. Ja, und auch hier haben wir wieder jede Menge Blödsinn mit dabei. Denn wenn ihr eine Kreditkarte habt, eine Kreditkarte kann grundsätzlich immer weltweit eingesetzt werden. Also da gibt es keine Ausnahmen, außer vielleicht Länder, die grundsätzlich Zahlungsmethoden von anderen Ländern nicht akzeptieren. Das hat dann aber eher politische andere Hintergründe. Aber technisch gesehen funktioniert eine Kreditkarte erstmal weltweit überall. Und online sowieso. Also weiß ich nicht, was der für Probleme hat. Aber das ist grundsätzlich immer wieder das Gleiche mit diesen ausländischen tollen Abzucker-Call-Colzentern. Tja, die wollen halt auch nur, dass die Kreditkarte nur aus Deutschland funktioniert. Warum, kann ich euch nicht erklären. Aber technisch ist es möglich, auch im Ausland damit einzukaufen. Oder zu investieren oder wie auch immer. Das ist komplett bumsegal. Außerdem noch kurz der kleine Hinweis. Natürlich führe ich meine Steuern in Deutschland ab, so wie es sich auch gehört. Aber fürs Video, ihr wisst ja, bin ich hier nicht immer ganz ehrlich. Außer aus dem Off. Also hier. Aha, und warum geht es jetzt mit der Karte nicht? Überall woanders funktioniert die Karte auch? Weil Sie sagen zu mir nichts, von welchem Land benutzen Sie diese Karte? Ja, von überall aus kann ich die benutzen. Habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich kann die in jedem Land benutzen. In jedem Land? Ja. Aber von welchem Land haben Sie Karte? Ja, aus Amerika ist die Karte. Das ist von Amerika. Das ist eine amerikanische Karte. Da habe ich die meisten nicht gekonnt. Ich habe aber auch überall woanders gekonnt. In Deutschland, Sie benutzen keine Karte? Doch. Ach, diese Karte. Genau. Aber meine ich von Deutschland. Nö. Warum sollte ich? Dann müsste ich hier auch Steuern bezahlen. Doch. Und Sie müssen Steuern nicht zahlen, ja? Richtig. Deswegen benutze ich ausländische Karten. Okay. Sehr gut. Na ja, und dann legt man halt einfach auf, wenn man da nicht mehr was zu sagen zu weiß. Tja, wie gesagt, ich weiß nicht, warum die Betrüger keine ausländischen Karten mögen. Es gibt natürlich Länder, in denen man nicht traden darf, aber das hat eigentlich mit dem Konto erstmal nichts zu tun. Bin ich jetzt rechtlich eine absolute Flachpfeife, kenne ich mich nicht mit aus. Das will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber grundsätzlich sollte es ja eigentlich nicht das Problem sein, irgendeine Visa oder irgendeine Masterkarte aus irgendeinem Land zu benutzen, solange da Kohle abgebucht werden kann und das letztendlich von meinem Konto kommt. Und ich dann letztendlich auch mit den Steuern anständig umgehe, aus dem Land, wo ich gerade herkomme, meinen Hauptwohnsitz habe, wie auch immer. Tja, aber irgendwie ist bei den Betrügern sowieso alles immer balabala. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Natürlich mit Glocke. Dann verpasst ihr auch keine der neuen Videos. Und wenn ihr noch Bock auf alte Videos habt, findet ihr die jetzt hier in der Playlist. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.